Wie geht es Kim Jong-un? Diese Frage beschäftigt Experten auf der ganzen Welt. Ein Insider hat nun gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erzählt, worunter der Diktator wirklich leidet. Zitat, er hat einen Bänderriss erlitten. Der übergewichtige Kim habe an einer militärischen Übung teilgenommen, bei der auch all seine Generäle teilnehmen mussten. Er sei über den Boden gerobbt und gelaufen. Dabei zog er sich laut dem Insider die Verletzung zu. Die erste Zeit danach sei er hinkend gelaufen, die Verletzung habe sich jetzt aber verschlimmert. Bis zur Genesung werde es voraussichtlich etwa 100 Tage dauern. Die Macht gehöre aber weiter ihm. Zitat, Kim Jong-un hat die vollständige Kontrolle. Gerüchte über einen Putsch nennt der Insider Unsinn.